Ja, dritter. Ja, dritter. Echt? Also jetzt war sie vierter. Stimmt. Ja, Schneesi, unser Tod war nicht umsonst. Ähm, schon. Nein, wir sind noch vierter. Ja, aber es war unglücklich, dass ihr... Nein, du, ich hab noch nie erst mal... Das erste, muss ich dazu sagen, ich hab noch nie gesehen, wie die jemand so weit eine Granate treffen kann. Das war einfach richtig, richtig gut gemacht. Auch vom Timing, sie kam rechts an und explodiert. Ich fand's vom Timing her ganz cool, also für die ganz cool, dass die schon über der Straße waren, obwohl wir gedacht haben, die kommen jetzt gleich über die Straße. Ja, die sind halt wahrscheinlich auch straight einfach mit runtergelaufen, ne, so wie wir. Hey. Pass auch rein. Alter! Jemand hat das Runterspringen ja richtig Laune. Ja, ich hab noch mal. Ui! Alter, wir haben mal so 20 Sekunden im freien Fall. Ja. Ja, der Markt, was? Da vorne? Nicht? Ja, warum nicht? Ja. Oh Gott. Gehen wir da vorne runter. Nein, da vorne. Und zwar. Ja. 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 Das ist ja nicht mal eingezeichnet, was ist das? Was? Das ist ein großer Stein. Tommi, das ist ein großer Stein. Komisch, dass der nicht eingezeichnet ist, Tommi. Also bei uns direkt sehe ich jetzt kein... Ein Team nur im Camp Alpha. Ja, Camp Alpha sehe ich. Ja, oder zwei, ne? Ein Team, glaube ich. Ich hätte jetzt gesagt, das sind doch zwei. Da drüben sind es zwei Teams. Das sind mindestens sechs Leute. Also ich sehe mindestens sechs Leute, also müssen es zwei Teams sein. Ich sehe. Leta-Fried wieder nicht, ja? Hä? Ich dachte, Leta-Fried wieder nicht, ja? Ja, ja. Ja, ja. So. So. Hier drüben liegt noch ein Speyer drin. Speyer? Speyer ist hoch. Ah. Würde ich nehmen. Du bringst du mit? Du bist ja bei mir. Es ist leider kein Ruck, da kommt nichts. Achso. Okay. Dann Marker mal bitte. Okay, ab. Oh, können wir so machen, ey. Mach mal, mach mal. Ah. Zweier habe ich. Hat er. Ja. Ich hab's vorsichtig selber trotzdem mal gemacht. Ja. Ich hab noch ein Zweier mitgenommen, falls es dann jemand haben will. Lagen gerade im Haus, zwei Stück. Ja, da hinten im Camp geht's gut ab. Ja. Du musst aber bloß aufpassen, wenn sie dann hier dann kommen sollten. Wir müssten so schnell sein, dass wir da hingehen können. Hast du schon einen Rucksack? Nee. In meinem Haus ist jetzt ein Einer. Mhm. Also in dem Großen hinten. Ja, hier ist nur einer auch. Hier wär auch noch einer. So. Ah, Tommy fährt mit dem Auto. Okay. B sieht in die Garte aus. Wir können eigentlich die obere Insel, wenn wir die da vorne weg machen würden, komplett durchnehmen, ne? Richtig durchnehmen. Na richtig. Hey. Hier ist noch AK. Ja. Ich brauch nur Aufsätze etc. PP. Oh, warum ziehen wir so langsam am Ramp hier schon, oder? Wer fehlt? Mucki fehlt noch. Ich komm noch. Aha. Du hast einen Skin für die AK. Ja. Nimm mal die doch. Ach, direkt vor mir. Was? Was? Was macht der da? 2 Stunden. H3 4. Es sind direkt richtig viele. Echt? Ehe? Ja, es sind alle 3 schon hier. Als hätten wir das ganze... Hä? Das ist ein netter 4er Squad. Ja, da sind ja irgendwelche gelandet. Ja, aber... Warum zum Teufel sind die hier schon in diese Richtung aus? Alter. Ja. Die kommen zu euch. Die pushen zu euch. Die haben ich hier vergessen. Hallo? Du meinst zu mir. Du bist auch unterwegs, ey. Hammerhart. Ich hab ihn grad gewählt, da hat er mich schon auf die Grenze gegeben. Und ich hab ihn dreimal getroffen auch. Ohi. Aldo. Komm vor dich du mir. Weißt, die pushen jetzt noch wieder zu euch. Hehehe. Die sind beide an der rechten Seite eurer Stausen, von der anderen Seite nach links. Die pushen jetzt auf die Straft. Da er läuft links an, Richtung Mui. Mui. Einer pusht dich? Ja. das geht am handen unten 2 punkten, rechts an der links ahhh toll bin na klar hammerhart ey der pusht mich jetzt boi, ich dachte so, ich geh da in die hütte und warte auf euch tot ich hab alles nochmal abgelegt was, hinter dir auch noch? ne, der ist doch direkt vor dir ja ahhhh da die wand fängt das kampf loot verheilen, das ist eher schwierig echt? boah, die geht, finde ich auf jeden Fall wieso ist die nicht hochgegangen, bitte 7 krepperpunkte nur ja, nur 20 ich kann da nicht mal zum schießen echt? du wolltest es mir auch gerade sagen ne, ich hab noch einen hinten gesehen auf dem Haus, die hab ich gar nicht gesehen, den du meinst ja, der stand vor mir aus einer Statue, als hätt ihr einfach nur auf uns gewartet ja, den hab ich einmal gehittet aus der Entfernung dann der da oben stand das ist gerade wahr, ey ich war ein bisschen überfordert war ein bisschen viel auf einmal da haben sie aber gut gemacht mecker ich möchte auch mal wieder loot finden aber kein boah, jetzt aber die letzten beiden runden waren ja wärmlich da 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 hey wake up da ja, Mucki, werf mal weiter hoch ja, du kannst da so'n so'n Karambolage-Wurf machen echt? ja geht auch mit Granaten, ne hoi oookay paradise ne 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 ja, wie wärs denn hier hinten direkt, oder? ganz wasser schön ja ja, Mucki können wir doch mal probieren, ne ja, ja ich hab das mitgekriegt das ist gut seid ihr denn? scheiße hauptsache hauptsache du hast das mitgekriegt ja, ja willst du? gleich, wenn du machst das? ja gleich immer mit der Ruhe du musst eigentlich alles nehmen ok äh, bei uns direkt nicht dahinter bei dem großen Camp, oder was das ist? ja, beim Camp wieder ist aber, glaub ich ja, vielleicht zwei ist gott bei ja, ja dieben hab ich glaub ich gezählt das ist bei euch jetzt, oder? nee, bei dem großen Camp hinter uns also südlich hinter uns also südlich hinter uns Nordöster hinter uns wem schreibst du jenny, ja ja was ist das? wenn ich gefühlt ne halbe minuten später raus bin so v v e e e e e o v e l e lovely so hey wikern lovely hey l o v e l e l e e ja ja ne ne n 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 das nehmen wir und das nehmen wir auch noch mit echt nimmst du auch noch da würde ich noch überlegen ob du das mitnimmst das nehm ich auch das nehm ich noch mit kannst du auch das andere nehmen da hab ich mich jetzt schon entschieden da bin ich festgelegt das hört sich bei euch alles noch ziemlich viel aufwahl an ja mikro und ump ne ja klar ump ne geil da kann ich noch mal ganz oben rennen witz achso ne das war ich ich muss mal gelassen so geht das nicht so geht das besser francesca kannst du im kühlschrank da ist auch noch so ein multivitamin hohes c kannst du den auch mitbringen bitte sehr ganz hervorragend ja ich bin mitbefolgerin die muss man haben ja braucht man auch mit erb besser gibt es auch gar nicht was war das die hat von fabi übrigens immer noch nichts gehört ne sein auto stand heute nachmittag auch noch was habt ihr denn gemacht äh Flo hat sein 25. gefeiert ah im zelt da mit äh war hier in der püritzer weißt du ja also ich bin so pfille nach sechs abgehauen da war fabi noch da ah ok häng ich später auf danke und wir haben um sechs angefangen ne du kannst ja mal aufmachen wenn du Lust hast ja guck siehst du besser gehts doch nicht ach gane komm schon was macht denn der drop ist der irgendwo hier das weiß ich nicht ich bin gerade im haus ja bei euch bei euch ist er glaube ich echt hier kann eventuell ja südwesten von mir aus das ist aber andere seite da habe ich nichts gesagt naja das will ich auch nicht mehr das würde dann so enden wie bei dir eben ich glaube die hatte ich noch nicht doch die hatte ich ganz am anfang ja gut wo seid ihr denn alle alle verteilt mal ein alter chd mb 2 und 3 zocker bevor die cheater kamen nur rumballern nur looten hätte ich da nicht den nerv ja gut ich kann mal wieder ein 4er abgeben echt jup ich habe noch 3er reddots und holos dabei ich habe auf beiden waffen schaldi ich habe auf beiden waffen schaldi für die wer einen hat der braucht den nicht ne ja das ist richtig hier liegt noch ein 4er ja eins würde ich wohl nehmen auto fahrzeug kommt nicht nur sowas jo ja ich habe auch ich habe mir vorbei aber kommt recht da ja die sind in einem bei mir da wo ich gelungen mit dem geld markierten compound machen wir auf den weg zu euch das ist meine maßnahme wo sind wo sind wo sind dann geld markiert er kommt dann auch angst ich habe den genau drüber sagen ja okay ich habe zu viel gestoppt wird schon auf mich geschossen ja such dir einfach deckung ich probiere es ja einer pusht rechts hoch ganz rechts pass auf einer pusht wieder zurück hat angst ja er ist am baum jetzt hat drei hits du musst ihn von der seite holen Aldo ja ich weiß nicht wo ein mate pusht auch roter hat auch drei hits hat drei hits ja oben in der düne rechts von dir oben Tommy rechts oben in der düne wir haben das Haus ja Paul und ich werde wieder geholt der ist so ein lächerlich oh ja Gott die sind recht hochgepusht vom compound ja aber auf dich schieß doch ein anderes Team ja mich hat er down ja was hatten wir das war aber nicht vom Haus ne siehste das war noch ein anderes Team ja die sind hinter mir gewesen ja die sind hinter mir gewesen wieviel braucht man im Spot? 15 oder? 15 ja 14 keiner fällt um ja dann lass uns enger beieinander bleiben das wird der Karte wahrscheinlich einfach angebracht ja